Hi, Martin hier. Ich mache jetzt mal so ein paar abgehackte Videos, weil ich jetzt gerade live bin. Ich mache es gerade laut sprechen, dass ich mich selber höre. Weil jetzt gerade wieder eine interessante Entwicklung ist. Wir hatten wieder RSI über 60. Allerdings schwacher Trend ist es da momentan bei 20. Nimmt aber ein bisschen Fahrt auf. Das heißt, hier ist so eine Art Zone, wird jetzt, sage ich mal, aus dem überkauften Bereich wird es der Trend schaffen. Ich weiß aber auch nicht, warum der mir jetzt die 25 zeigt, sondern nicht die 20. Muss ich mal anders einstellen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich noch eine Schiebezone. Das heißt, es könnte wie gesagt ein Failsignal sein. Könnte jetzt bei so einer Situation zum Beispiel nochmal Short probieren. Ja, mit einem leichten Stopp, so 60. Ja. Allerdings hat man hier eine kleine Gefahr. Vielleicht könnte man der Konservative noch ein bisschen warten, bis eventuell, ja, oder was jetzt hier mit dem DE Plus passiert. Ja. So, momentan nimmt er jetzt noch nicht so viel Fahrt auf oder er holt Luft. Aber wir sind hier ziemlich im überkauften Bereich. Es ist eigentlich nicht so, keine, sage ich mal, gute Situation, um jetzt nach oben durchzuschießen. Ja. Also das könnte euch helfen. Ja. Vielleicht hier zu überlegen ist, kann es ein Failsignal sein. Ja. Kommen dann gleich zurück. Das sind jetzt paar Minuten vergangen. Ein paar Candles. Ich glaube, das war hier. Wie ihr seht, hat sich das jetzt, sage ich mal, hier so kristallisiert, dass es nicht geschafft hat. Das sind immerhin, glaube ich, heute auch schon mal 10 Punkte gewesen. Ich muss erst mal checken, warum das hier die 25 ist. Das weiß ich nicht. Ich habe das bei Inductive Brokers. Also es müsste eigentlich 20 sein. Vielleicht ist da ein Fehler jetzt. Das habe ich ab und zu mal gehabt. Ich weiß nicht, warum. Ich gehe aber mit größter Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es 20 sind. Und guck mal. Ja. Jetzt kommt es, der rote, der I- und es entscheidet sich wieder. Das war ein Fehlsignal, weil wie gesagt, hier wir im überkauften Bereich waren mit einem schwachen Trend. Immer wieder. Bei einem starken Trend, kann RSI ruhig steigen. Interessiert uns nicht in dem Fall. Aber ihr merkt, man fängt erst richtig an zu steigen, wenn halt, wie gesagt, der RSI im neutralen oder sogar hier im überverkauften Bereich ist ideal. Hier tut es sich schon schwer. Guck mal, weil hier auch haben wir diese Seitwärtszone. Schon seit morgen, seit 10 Uhr. Da sind wir zwar im oberen Bereich, aber ihr merkt schon, dass er schwächelt, weil wir immer noch einen schwachen Trend haben. Das heißt, der Aufwärtstrend kann sich nicht durchsetzen. Versteht ihr? Damit ihr das hätte tun müssen, hätten wir hier noch ein bisschen steigen müssen. Aber das haben wir nicht. Wir sind also fast auf dem Niveau hier geblieben. Das heißt, ideale Short-Szenarien. In ideal. Ihr müsst immer wieder in Kombination sehen, auch mit dem Crossing. Wie gesagt, diese MR-Crossings. Noch mal ganz kurz. Und die habe ich ja hier seit 9er und 21er. Könnt ihr reingeben. Da könnt ihr ja variieren, wie ihr wollt. Das sind halt die gängigsten. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bei mir ein bisschen grün und rot. Aber es ist zum Beispiel, gibt es jetzt, also ich handel nicht nach diesen MR-Crossings. Aber sie geben mir trotzdem in einer bestimmten Kombination doch ein paar Anhaltspunkte zumindest. Ihr müsst es so interpretieren. Das sind Chancen. Hier ist ein Chancenbereich, wo sich etwas entwickeln kann. Guck mal. Hier, ich weiß auch gar nicht, warum jetzt diesen, das war ja gar kein Cross, woher das kommt. Weiß ich jetzt nicht, warum das hier, weil das macht das System übrigens. Warum der jetzt hier einen Fall nach unten gemacht hat. Weil da sehe ich jetzt kein Crossing von oben nach unten. Gut, hier aber ganz klar hat er nach diesem Crossing hier, hier eben dieses Signal gemacht. Hätte gut funktioniert. Hier bei Minus, wahrscheinlich gekreuzt, wäre ein Fehlsignal. Das sind Sachen, die sind im Risiko drin beim Trader. Da kommt man manchmal nicht rein. Allerdings hätte mir die Uhrzeit schon ein bisschen gesagt, es ist noch Mittagspause. Da habe ich ja gemeint, dass man so um die 10 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, ein paar Minuten, 9.30 Uhr, 10 Uhr entweder einen Trend hat oder danach, wenn die Amis aufmachen. So, dann hätten wir hier aufwärts. Wir wären aber mit unseren Signalen schon früher drin. Hier hätten wir zum Beispiel überhaupt nicht getradet. Da hätten wir immer keine klare Linie. Wir hätten vielleicht beim DE- hier, wären wir vielleicht mal reingegangen. Mit Erfolg wahrscheinlich. Je nachdem, wo man reingegangen ist. Das muss man trainieren. Deswegen trainiere ich es immer wieder. Hier immer. Nochmal, wie gesagt, die Durchschnitts, die Moving Averages kreuzen sich, aber wir hatten hier immer noch einen schwachen Trend, aber schon im Überkaufen. Das heißt, wir haben erkannt, dass das jetzt ein Fehlsignal sein kann nach oben. Das heißt, wir haben ja gesagt, hätten wir hier und dann irgendwo hier bei 60 haben wir ja gesagt, Short hätte es jetzt prima 20 Punkte mitgenommen. Das war es. Ich schaffe es jetzt parallel nicht zu traden, aber ich würde es jetzt einfach einmal noch vielleicht später am Nachmittag S&P und Aktien und packe das in 10 Minuten Video zum Trainieren. Und schaut mal, vielleicht kriegen wir das noch mit, wenn dieses Crossing kommt, dass wir dann komplett Short gehen. Ich komme ein paar Minuten zurück. So, da sind wir wieder. Und ihr merkt, es ist jetzt kurz vorm Crossing hier, aber es will auch noch nicht so richtig stattfinden. Es ist trotzdem eine schöne Zone. Das heißt, wir wären ja hier schon, haben wir schon erkannt, schon vorher. Das heißt, manchmal kann man, wenn man jetzt da wirklich mehr drin ist und das wirklich lange Zeit, Monate so ein bisschen verfolgt, hat man so ein Gefühl und ist schon vor der Kreuzung manchmal schon drin. Das heißt, wir wären hier eigentlich schon drin, weil wir erkannt haben, dass das überkauft war in einem schwachen Trend. Eine ganz einfache Kombination. Und glaubt mir nochmal, ich wiederhole es immer wieder, das wird sehr selten benutzt und verstanden. Das ist einer der ältesten und besten Indikatoren, die es gibt, ADX und DMI. Man muss nur richtig verstehen und dann lesen lernen. Punkt. Und da kann man sich die ganzen anderen Indikatoren eigentlich fast sparen. Natürlich in Kombination, MACD, wie gesagt, RSI, Slow Stochastik, üblichen Volumen. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Fehler. Warum? Warte mal kurz. Ist das so ein bisschen klar? Und jetzt muss ich kurz raus. Ich muss gerade in die frische Luft. Da komme ich nochmal vielleicht in 15 Minuten zurück und gucken, ob wir das gekreuzt haben. Die Wahrscheinlichkeit sehr schwer. Heute ist ein sehr schwerer Tag. Es ist Montag nach den Terrorattacken. Und wahrscheinlich waren das, meistens wollen die ein bisschen Ruhe reinkriegen. Die Volatilität ist, weil Optionsverfall in drei, vier Tagen ist. Und wahrscheinlich schließen die hier und da ein paar Positionen. Und ich würde jetzt mal wirklich ein bisschen aufpassen, welche Richtung das geht. Das kann nochmal ein bisschen hin und her gehen. Aber kurz sieht leicht pullig aus. Aber es kann auch sein, dass die Position, dass die aus dem Putz noch ein bisschen raus wollen oder schließen. Das muss man beobachten. So. Ihr merkt, es ist ein schwacher Trend. Bleibt bei unter 20. Und ich glaube, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, dass wir da nochmal ein bisschen runterkommen. Trotzdem muss man das noch in Auge behalten. Das heißt, erst hier. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich eigentlich mal das jetzt in naher Zukunft zeigen kann. Ich schaue mir jetzt mal ein paar andere Instrumente an. Und dann komme ich nochmal zurück. Das haben wir halt in der Seitwärtszone. Aber das ist, muss man wissen, das sind vier Tage vor dem monatlichen Optionsverfall. Das ist eigentlich noch sehr kurz. Und wir hatten ja letzte Woche eine sehr hektische Woche, sozusagen, dass jetzt die Stillhalt oder die Institutionellen jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen wollen. Was ist das jetzt? Tägliche Kerzen? Was zeigt, was macht er mit dafür Charts? Na ja, gut. Aber wie ihr seht, wir sind da schon runtergekommen von 11. Das sind fast 400 Punkte. Das ist natürlich die Volatilität gestiegen. Und ein komisches Chart heute schon. Sorry, aber aufgrund der Zeit. Na ja, okay. Ich muss nochmal zurückkommen. Irgendwas spinnt da rum. Okay, warte mal kurz. So, jetzt habe ich ein anderes Chart aufgemacht. Wir sind jetzt 1644. Jetzt sehen wir hier, hat es d-2 gekreuzt. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Lektion. Ich hoffe, dass der Computer mitmacht, bevor ich ihn ausschalte. Schaut mal. Hier hatten wir ein Kreuz. Crossing, ja. Allerdings wieder beim schwachen Trend, sehr schwachen Trend, unter 20. Das sind eigentlich sehr schwache Signale. Ja. Das heißt, wenn ihr sowas tradet, der ADX, das ist jetzt das Gelbe, das ist der, der sagt, wie stark ein Trend ist. Ja. Und D minus D plus sagt mir, welcher Trend gerade intakt ist. Und eigentlich braucht man, jetzt passt mal auf, nach diesem Crossing unter 20. Ja. Ich werde euch dann später nicht mehr mit komplizierten Sachen belästigen. So, jetzt kommen wir langsam vielleicht noch zwei, drei, sage ich mal, Eigenheiten bei diesen ADX und diese Kombination, die ich vorstelle. Und dann habt ihr so die wichtigsten. Und zwar, wenn er kreuzt unter ADX 20, brauchen wir ein Bestätigungscandle, was tiefer schließt als das. Ist aber nicht der Fall gewesen. Ja. Das ist das Problem. Das wäre ein Fail Trade. Wenn wir jetzt hier schaut, wäre das ein Fail Trade. Ja. Weil, das müssen wir wissen, Crossing, okay. Aber ADX unter 20 heißt für uns, aha, wenn jetzt hier noch eins gekommen wäre, ein Bestätigungssignal, dann wäre das zweite unser Short und hätten den Stop zum Beispiel hier setzen können. Ja. Hier Stop und beim zweiten, da hätten wir beendet. Ja. Das Scandle muss beendet worden sein. Dann wird es meistens immer so ein bisschen zurück und dann würde dann das nächste so gehen. Aber, wie gesagt, bleibt sehr stark bei der 10.27 heute. Ja. Sehr, sehr starke Widerstandszone heißt für mich eher so bullisch. Und jetzt, guck mal, jetzt haben wir das Crossing von DE plus und DE minus, aber auch wieder ADX unter 20. Also ein sehr schwacher Trend. Das heißt, hier sind wir auch wieder im überkauften Bereich. Langsam. Das heißt, hier, versteht ihr so das Spielchen? Ist wieder eine Chance, gegebenenfalls Short zu gehen. Ja. Aber sie noch nicht. Das heißt, ich verwarte noch einen kleinen Schwung nach oben. Vielleicht noch einen Candle. Ja. Aber dann wäre es natürlich eine Bestätigung. Ja. Versteht ihr? Das heißt, wenn ein Candle kommt, wird es eine Bestätigung. Das heißt, vermute ich, wird es ein neutrales Candle sein. Vermute ich. So wie hier. Neutrales. Neutrales vielleicht. Und dann das dritte sollte vielleicht wieder so sein. Keine Ahnung. Ja. Man weiß es nicht. Aber nur, dass ihr so diese Zusammenhänge. Weil hier möchte er noch mal auf die 60. Ja. Möchte es noch mal testen. Ja. Möchte noch auf jeden Fall noch mal die 60 sehen. Vielleicht sind wir bei der Price Action 25, 4, 5. Ja. Er könnte beim zweiten Candle noch mal einen Anlauf nehmen. Dann wäre der RSI ein bisschen höher. Und dann könnte er wieder abprallen. Versteht ihr? Weil das erlaubt uns zu sagen, weil wir einen schwachen Trend haben. Aber obwohl wir ein Crossing haben, wir kriegen die Bestätigung nicht. Wenn wir sie nicht kriegen. Das heißt, wir müssten nächstes Candle hier oben haben. Ja. Beobachten wir einfach die paar Minuten. Ich glaube, das ist sehr interessant. Ja. Dass man da, wie gesagt, die Einstiegspunkte. Ja. Wie gesagt, hier, wenn der ADX 120 ist, diese Crossings nicht so ernst nehmen. Immer sehr, sehr aufpassen. Hier auch. Ja. Hier auch. Aber guck mal. Das bestätigt meine Theorie. Die Beobachtung. Hier wurde das gekreuzt. ADX war unten. Und das zweite Candle war bestätigt. Versteht ihr? Und dann ging es ab. Dann hättet ihr beim zweiten hier long. Eigentlich fast auf der sicheren Seite. Aber erst beim zweiten. Aber ADX war unten. ADX, die Stärke des Trends. Crossing auf beide. Aber ADX unter 20. Aufpassen. Nicht gleich. Hätte schief gehen können. Hätte hier runtergehen können. Zumal ja auch ADX gerade an der Schwelle war. Ähm, RSI. Ja. Zumal das an der Schwelle war. Das heißt, das wäre eine Short-Situation gewesen. Aber wir wissen, wir warten noch einen Candle ab. Und erst dann wissen wir, dass es bestätigt wird. Jetzt wissen wir, es hat jetzt gekreuzt, der E-Plus. Aber es schwächelt. Es schwächelt sehr stark. Ja. Jetzt sind wir schon bei 49. Das heißt, der 5-Minuten-Candle ist bald zu Ende. Und ich vermute mal, wir werden beginnen ein bisschen höher. Wir werden versuchen, nochmal es zu attackieren. Ja. Oder vielleicht sogar schon jetzt früher, wie wir sehen. Guck. Wir haben nicht die Bestätigung bekommen. Versteht ihr? Wir haben nicht die Bestätigung bekommen. Und das ist wieder eine Gefahr. Ähm, was heißt Gefahr? Ähm, jetzt ist immer wieder im sehr, ach, das ist sehr, sehr neutral. Ja, sehr, sehr neutraler Markt. Also, das ist eine Situation, sehr schwer zu traden, wenn überhaupt. Ja, jede Sekunde kann man ein paar Stops abgegrast werden. Da sind es wieder 10 Punkte rauf oder es sind 10 Punkte oder runter. Weil ihr merkt, ihr habt keinen Trend. D-Plus, D-Minus hat überhaupt keine Signalwirkung in den letzten 10 Minuten. Ja. Die wollen, und deswegen, vielleicht habe ich nochmal, ich, weil ich ein bisschen hin und her pendel, entschuldigt bitte, ob ich, dass ich manche Gedanken ginge, vielleicht nicht zu Ende mache. Ähm, ihr müsst wissen, bei Optionsverfall, ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber vielleicht sage ich es nochmal, äh, versuchen die ein bisschen die Volatilität, wenigstens ein, zwei Tage ruhig zu halten. Ja, um, um dann entsprechende Positionen günstiger umzudisponieren. Ja, deswegen kann sein, dass die bewusst jetzt den Markt zu halten, aber es kann Montag, Dienstag, äh, also Dienstag mit wo nochmal richtig abgehen. Ähm, wie gesagt, guck mal, D-Minus ist jetzt wieder stärker am Werk. Ja, immer noch schwacher Trend. Aber wie hier, MACD ist leicht bärisch. Das heißt, wir könnten eine Wahrscheinlichkeit Tendenz Süden fühlen, ja, könnten. Jetzt haben wir Bestätigungspendel. Wir haben gekreuzt, hier, äh, Pendel, das rede ich dann, Bestätigungskendel. Das heißt, wir könnten Short gehen, wenn, je nachdem, wo wir sind, beim zweiten Kendall, also wir haben noch vier Minuten, ja, noch vier Minuten Zeit, ähm, das zweite hier endet, ja, und dann könnten wir Short gehen. Mal gucken, ob es uns gelingt. Merkt, der Bär ist da. Guck mal, jetzt hat D-Minus die 20 gekreuzt, oder ist gerade dabei zu übersteigen. Wäre eigentlich ein gutes Short-Signal, weil wir sind sehr konservativ. Wir sagen, erst nachdem der zweite, jetzt haben wir 54, jetzt schauen wir mal das zweite Kendall. Das Problem ist, es kann natürlich schnell gehen. Also die Mutigen von euch, die sagen, okay, ich glaube, ich fühle es, dass das langsam, ja, dass alles so auch hier, die bärisch ist, ich gehe jetzt hier Short und mache den Pivot, den Mittelpunkt vom letzten, zum Beispiel, ne. Das heißt, da hätte man jetzt, guck mal, hätte mal vier, fünf Punkte, okay, einverstanden, ja, hätte man jetzt nachziehen können, das heißt, die Mutigen von euch. Wenn man mit zwei noch, ich gehe mal mit zwei rein, ziehe einen nach, ja, lass mal einen halt stehen, einer wird wahrscheinlich ausgestoppt, sind wir ausgestoppt, und versuche vielleicht, das hängt natürlich vielleicht vom Kapital oder vom Druck, also der Druck ist negativ ausgedruckt, wenn ihr ein bisschen Freiraum habt und das Trading wirklich so ein bisschen als, naja, Spaß, es soll ja auch Spaß machen, es soll immer Spaß machen, einfach dann lassen, ne. Das kann ja am Tagessende 100 Punkte bringen, das weiß man vorher nicht. Man sieht aber, der Trend, Abwärtstrend, ihr seht, wenn ihr so eine Position eingegangen seid, wenn ihr so ein bisschen, versteht ihr, deswegen zeige ich euch das, diesen Schwung, dann könnt ihr wirklich hier bleiben. Ja, und es kann sein, dass wir abends dann, das sind dann in zwei Stunden, komme ich zurück und haben 100 Punkte gemacht. Das sind diese Punkte, wo das Trading sich entscheidet. Kann auch sein, dass wir das korrigieren. Völlig wurscht. Wir haben nachgezogen, ja, je nachdem, wo wir sind, wir bleiben hier, weil das Candle ist noch nicht bestätigt, ich habe ja gesagt, das sind die Mutigen und die Konservativen würden jetzt noch einmal dieses Candle abwarten. Weil, warum? Was wird passieren? Das ist sehr wichtig, was ich sage. Jetzt versucht dieser stärker werdende Abwärtstrend jetzt den ADX natürlich durch die Candles, das heißt von der Mathematik her natürlich, je mehr Candles jetzt im negativen Bereich sind, desto stärker wird sich der ADX jetzt vom Gesamtbild, ja, berechnen. Das heißt, er wird versuchen jetzt den DI plus zu kreuzen, was wieder ein bärisches wäre. Und das wird aber erst dann passieren, nach dem nächsten Candle. Ja, das heißt, die Mutigen sind immer noch drin, ja. Aber man kann sich verzocken. Ich habe da öfter mal am Anfang da ein bisschen, war ich mutiger, sehr oft ausgestorbt, aber wenn man das schön macht, passiert da auch nicht viel, ja. Deswegen zeige ich euch diese Übergänge jetzt immer wieder, weil es ist einfach Training. Wie hat ein kluger Mann immer gesagt, Selbstvertrauen gewinnt man durch Übung und Übung muss man halt üben, ja. Ob das jetzt ein Demokonto ist oder Echtgeld, ist ja völlig wurscht. Sondern ich muss ja erkennen, wann gehe ich rein oder raus und wie setze ich das tops. Und dann irgendwann, wenn ihr jetzt im Demo das jetzt umsetzt, ein Demokonto würde ich empfehlen. Ihr könnt ein Jahr Demokonto machen. Das drängt euch ja keiner. Also das ist ja wie ein Handwerkszeug, ja. Ihr könnt euch andere Sachen logischerweise noch zu Hilfe nehmen oder Trainings. Und ihr könnt ja ein geniales Ganze drin. Und dann sagen, naja gut, jetzt bin ich schon so sicher. Das habe ich schon ungefähr schon, der Martin hat es mir ungefähr 100 Mal gezeigt. Und dann macht ihr das eigentlich fast schon, versteht ihr, aus dem, ja, aus dem FF, ja. Und siehe da, jetzt haben wir noch zwei Minuten mit dem Candle. Das heißt, die Mutigen werden belohnt mit vielleicht 10 Punkten, 52 Euro. Ist auch schön. Plus, minus. Je nachdem, wie man die Stopps setzt, wie viel man einsetzt. Ja, wenn ich mit 10 Kontrakten reingehe bei solchen Situationen, dann kann ich spazieren gehen. Versteht ihr? Und man muss es erkennen. Man muss es einfach erkennen. Aber das Candle ist noch nicht zu Ende. Ja, meine Trader-Erfahrung sagt, das Ding kann jetzt ruckzuck wieder oben sein. Weil wir haben noch eine Minute und es kämpft noch. Und erst der nächste Konservative sollte dann, ja, nach meiner Erfahrung her, sollte dann, wenn der ADX Fahrt nimmt, ja, wenn der jetzt Fahrt aufnimmt, ja, müsste das nächste Candle, müssten wir dann hier die 680 angreifen. Und das können wir sehr gut bestimmen, ja, durch diese, durch diese Stärke. Weil der MACD ist, ne, die Divergenz der Moving Averages, ja, ist schon bärisch, ja. Der ADX nimmt zu, der, der Negativtrend nimmt zu, der ADX generell nimmt zu, ist zwar noch sehr schwach, aber es reichen ein, zwei Candles und dann hätten wir einen stärker werdenden ADX, der dann, wir haben jetzt drei Zonen. Einmal kreuzt er hier, wäre ein bärisches und wenn der ADX nochmal die 20 durchbricht, wäre nochmal ein Einstieg bärisch. Weil dann geht's richtig ab. Weiß man vorher nicht, ja. Aber das ist uns ja wurscht. Wir haben jetzt hier so mal den Übergang versucht zu catchen, ja. Wir haben noch eine Minute. Merkt man eigentlich, wenn man redet, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Ja, guck mal, seht momentan noch in der letzten Minute. Ja, gut, man weiß es nicht. Da steckt man nicht drin. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wird der bestätigt. Bestätigung wäre, dass wir jetzt hier da die 92 durchbrechen sollten, ja. Ja. Das heißt hier, zweite, eigentlich müssten wir jetzt runtergehen, ja. Wäre jetzt von der Dynamik, ja. Vielleicht mal in einem normalen Handelstag. Aber wie gesagt, doch diese Beruhigung des Volatilitätsindex, ja, dass man da die Option ein bisschen günstiger haben will. Schwierig, ja. Das heißt, die Mutigen, was heißt Mutig, die Frühen, ja, wären noch hier drin, ja. Die wären noch hier drin. Und, ähm, schauen mal. Ja. Aber jetzt kreuzt es noch. Jetzt entscheidet es sich noch. Man muss ein bisschen Geduld haben beim Trend Trading. Darf sich auch bei manchen kleinen, ja, sag ich mal, wenn es, ne, nicht gleich verrückt machen lassen. Weil wir haben hier den Trend immer noch auf unserer Seite. Aber halt, mir wäre es lieber, wenn ADX über 20 wäre. Dann wäre das für mich ein viel stärkeres Signal. Jetzt sind wir, sag ich mal, in einer, ja, so ein bisschen höheren Risikozone, als wenn ich jetzt hier ein besseres Crossing hätte, ja. Aber ich diskutiere ja, dass man lernt. Wir wollen ja lernen. Das geht ja jetzt gar nicht so, sondern lernen. Das wisst ihr ja. Und guck mal, jetzt kreuzt der. Jetzt bin ich mal gespannt, das nächste Candle. Ja. Das müsste, wie gesagt, nach unserer Theorie jetzt schwächer werden, wenn hier jetzt, das ist jetzt eine Entscheidungsphase. Prallt DI plus ab, dann haben wir wieder die 12, 15 oder 15, werden wir ausgestoppt. Die Mutigen werden ausgestoppt werden. Oder schafft es der ADX, ne, oder nimmt der, wenn jetzt zum Beispiel dieses Rote beim nächsten Candle, wenn DI minus in Fahrt, also stärker wird, dann haben wir einmal Bestätigung, ne, durch den Zweiten, ja, dass der abwärts trennt. Das heißt, wir werden nach dem Candle immer noch im Abwärtstrend, ja. Weil das ist auch der Grund, warum der da rumschwächelt, ja, dass er das probieren will. Gucken, ob er es schafft. Und dann wäre es auf jeden Fall ein Short-Signal nochmal. Ja. Jetzt gucken wir mal, jetzt sind es schon wieder zwei Minuten um. Achso, das ist ja schon das neue Candle, Entschuldigung. Ja, okay, gut. Ja, sagen wir, heute haben wir jetzt nicht mehr diese Dynamik klar. Und wenn man natürlich Tage hat, wo die Dynamik ein bisschen besser ist, dann hat man da, wie gesagt, mehr, ja, kann man natürlich mehr agieren. So. Ich komme mal gleich zurück. Das ist zu langweilig für das Video. So, jetzt bin ich nochmal gekommen. Ja. Dann kann man das schön abschließen, jetzt das Video. Ihr seht, guckt mal, es nimmt Fahrt auf. Ja. Unsere Theorie. Jetzt haben wir noch eine Minute zum nächsten Candle. Das heißt, es wurde bestätigt. Glaubt mir das. Ich weiß das. Ja. Sogar vielleicht nach so einem Tag wie diesen. Erstes Candle war das Crossing. Auf einem schwachen Niveau. Wir warten das nächste Candle ab. Das heißt, auch hier wären wir, wenn wir jetzt da irgendwo short gegangen wären und hier, wie gesagt, dieses Stop setzen. Das ist, da steckt man nicht drin. Da gibt es kein Patentrezept. Das muss jeder von euch im Gefühl haben. Ja. Ich mache es immer so, wenn ein Crossing kommt, nehme ich das nächste Candle und nehme dann den Stop, den Pivot, den mittleren Bereich von hier und lasse das Ding laufen. Ja. So, entweder wird man dann ausgestoppt und dann hat man aber einen vernünftigen Stop Plus. Muss man sowieso immer haben. Ist ja ganz klar. Oder das Ding läuft. Ja. Und die Wahrscheinlichkeiten errechne ich mir aufgrund dieser Konstellationen. Ja. Also jetzt hätten wir sicherlich schon ein paar Punkte gemacht im DAX. Ja. Und am besten, wie gesagt, stückeln. Wenn er es schafft, auch mit CFDs, mit einer größeren, diese Übergang natürlich eng aus Stops nehmen, dass man sagt, naja, ein Hunderter, so, und gehe ich mit der Hälfte irgendwie dann hier raus. Lass das Ding. Glaub mir, lass das, weil es oft genau auf diesem Niveau wieder kommt. Das heißt, wenn ihr da nur da runter geht, werdet ihr zweimal ausgestoppt und das Ding läuft. Seid ein bisschen großzügig. Deswegen mit mehr reingehen bei solchen Übergängen. Ja. Ja. Aber jetzt interessiert uns das nicht mehr, was es macht. Ja. Weil jetzt ist wieder eine neue, aber es nimmt den Pfad auf. Das nächste Signal wäre, wenn jetzt ADX in Richtung 20 geht. Das wäre unser nächstes Einstiegssignal. Glaube ich aber vom Dynamik her jetzt eigentlich heute eher nicht. Man weiß es nicht. Wir trainieren, wir trainieren, wir trainieren. Ja. Gut. Dann schließe ich mal jetzt den DAX ab. Vielleicht mache ich noch ein anderes Instrument. Mal schauen. Wenn nicht, dann war es jetzt ein abgeschlossenes DAX-ADX-Trainingsvideo. Und dann schauen wir nochmal. Vielleicht gucken wir mal, wie ich Zeit habe. Oder im Laufe des Abends. Dann stelle ich es rein. Ciao. Komm, machen wir noch den australischen Dollar. Mal was ganz Exotisches. Down Under. Da ist es bald Sommer. Mein Gott. Jetzt haben wir wieder Winter. Aber schöne Winterzeit. Momentan lässt sich letztes Jahr glauben. Hat mir viel mehr Regen und Stürme, soweit ich weiß. Also. Warte mal. Feuerwehr. Also. Trockenübung. Hier. Gleiches Szenario. Das ist ein bisschen andere Farbe. Weiß auch nicht wie. RSI. In dem Fall im mittleren Bereich. Ja. Neutralen Bereich. Heißt beide Richtungen möglich. Schwacher Trend. Und hier plötzlich natürlich die Minus in Fahrt. Wäre für uns aber hier noch kein Einstieg. Zweites Signal. Zweite Candle ist in dem Fall natürlich. Ja. Also in einem Grund. Vielleicht Stopp Loss. Waren da viele Stopp Loss. Weiß ich es nicht. Ich habe jetzt nicht gehandelt. Natürlich Größe ausgefallen. Aber das nächste natürlich auch. Ja. Das heißt. Bestätigt wurde diese. Das heißt. Hier ist dann ADX stärker geworden. Das heißt. Auch wenn wir hier Short wären. Aber hier wieder die kleine Problematik des Stopp Loss. Wie gesagt. Ich war immer am letzten Candle. Im mittleren Bereich laufen lassen. Ihr müsst ein bisschen großzügiger sein. Und dann werdet ihr auch belohnt werden. Weil wenn man oft. Man hat den richtigen Einstieg. Ja. Man hätte ja auch wie gesagt die Mutigen. Man kann sagen. Ich gehe dann hier rein. Ja. Das sind die Mutigen. Aber da muss man selber. Wie ihr drauf seid. Oder wenn ihr schon irgendwo anders Gewinne habt. Das natürlich mache ich auch immer so. Wenn ich irgendwo schon mal bestimmte Gewinne erwirtschaftet habe. Dann kann ich sagen. Na ja. Das sieht mir danach aus. Ich gehe hier. Ich mache meinen Stopp. Gehe hier irgendwo Short. Und warte ab. Was passiert. Und lasse das laufen. Und das sind die besten Trades. Deswegen diskutiere ich immer wieder. Diese Crossings. Und diese ganzen ADX Geschichten. Ja. Dann merkt man. Wie stark ein Trend ist. Ist eine Chance. Eine Umkehr. Und gerade an Entscheidungspunkten. Geht es weiter. Oder kommt eine Gegentrend. Wenn man das erwischt. Glaub mir. Dann macht ihr echt Geld. Was ich hier noch habe. Ist Parabolic. Diese Parabolic SRA. Das kann man separat nochmal besprechen. Die ist auch eine kleine Unterstützung. Ist kein schlechter. Kein schlechter. Kein schlechter. Indikator. Kann man in dem ganzen Zusammenhang. Auch noch zusätzlich nehmen. Aber das bespreche ich jetzt momentan nicht. Sondern wir trainieren jetzt nochmal. Was ist hier passiert. Klar. Abwärstrend. Ist aber dann hier. Ja. Hier war wieder eine Entscheidung. Hier. Ja. Und zwar welche Entscheidung. Es war eine Entscheidung. Hier. Geht es jetzt wieder rauf. Ja. Kann das eine Korrektur. Eine Bodenbildung sein. Und dann hieß es hier. Nein. Das heißt. Das wäre für uns auch. Wie gesagt. Schuld. Aber Einstieg wäre nicht hier. Das heißt. Ich steige immer an der Nähe. Wenn schon ein Crossing stattgefunden hat. Diese zwei Definitionen. Wenn wir ADX unter 20. Brauchen wir noch einen Bestätigungsscandal. Wenn es über 20 ist. Das ist noch dazu zu sagen. Ich habe es nicht bei allen Instrumenten ausprobiert. Ja. Es kann natürlich sein. Dass vielleicht manche Aktien oder so. Es anders ist. Das müsst ihr. Aber ist egal. Ihr müsst beobachten. Schreibt. Es gibt trotzdem Ähnlichkeiten. Das heißt. Vielleicht ist es beim Microsoft 2 Candles. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Es sind nur. Das sind Dax Future. S&P sind meistens so zu 99%. 90%. NQ. Dow Jones. Ja. Und vielleicht bunt. Ich glaube ich auch. Soweit ich das aus dem Kopf habe. Aber wie gesagt. Wenn egal was ihr tradet. Das stecke ich natürlich jetzt nicht drin. Aber das Prinzip ist fast ähnlich. Beobachtet. Einfach mal Trockenübungen. Könnt am Wochenende schön machen. Da könnt ihr euch die ganzen Charts. Stellt euch diese ADX rein. und studiert einfach. Sag. Wann ist dieses Crossing. Aha. Martin hat gesagt. 20 ist wichtig. Macht euch hier so eine Linie. Und sagt. Was passiert unter 20? Was gibt es da für Eigenschaften? Ja. Und wie kann. Und dann versucht selber euch. So System auch zu erarbeiten. Wie man da reinkommt. Wo könnte ich da. Ne. Stop setzen. Ich sage jetzt nur meine Erfahrung. Aber die Kreativität ist ja keine. Vielleicht seht ihr auch noch Dinge. Die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Oder in Kombination mit euren. Technischen Analysen. Ja. Das weiß ich ja nicht. Aber. Das glaube man ist ein sehr Powerful. Guck mal. Hier nimmt. Bei diesem Candle nimmt ADX Fahrt auf. Das wäre hier wieder ein Short. Short. Letztes Candle. Pivot. Mittelpunkt. Laufen lassen. Ja. Hier. Gibt es keine so. Einfach laufen lassen. Laufen lassen. Laufen lassen. Der Trend nimmt. Hier zum Beispiel. Wäre nochmal ein Einstiegspunkt. Weil hier. Es die Fahrt. Riecht. Also der. Die Stärke. Das DI minus. Also dieser. Dieses Crossing. Das DI minus. Kreuzt ADX. Und ADX wird aber stärker. Heißt. Dass die Dynamik ein bisschen abnimmt. Aber. Der Abwärtstrend. Intakt ist. Und zwar stärker wird. Das heißt. Die Wahrscheinlichkeit. Dass man da. Bei einer kleinen Korrektur. Eine Gegenbewegung. Wieder reinkommt. Ist größer. Bei dieser Konstellation. Weil hier habt ihr einen starken Trend. Da interessiert euch der RSI nicht. Dann könnt ihr dann ausschalten. Euch interessiert. Aha. Martin hat gesagt. Der ADX steigt. Und das Kreuz. Das heißt. Die Dynamik. Das seht man ja auch hier. Von der Geschwindigkeit. Ist ja klar. Nehmt ab. Aber trotzdem. Seht ihr. Aha. Es ist keine Umkehr. Weil viele könnten jetzt. Ohne dieses. Wetten wir. Müsst ihr zugeben. Wenn wir das nicht hätten. Hättet ihr versucht. Hier einen Boden zu finden. Hier hättet ihr einen Boden gefunden. Ja. Hättet ihr gesagt. So. Jetzt gehe ich long. Und werde ausgestoppt. Und das ist glaube ich ein sehr sehr wichtiger Punkt. Der hier der ADX uns liefert. Der sagt mir. Bodenbildung sieht anders aus. Bodenbildung wäre. Wenn DI plus so um die 20 ist. ADX vielleicht nicht ganz so hoch. Versteht ihr. Das ist es. Das ist es. Sehr gutes Beispiel. Danke. Australier. Das ist perfekt. Und jetzt seht ihr. Jetzt nimmt der Trend ein bisschen ab. 40 ist trotzdem noch sehr stark. Also es ist ja immer noch kein Long Signal. Im Gegenteil. Man hat eher Chancen. Wenn er ein bisschen korrigiert. Wieder nochmal short zu gehen. Das muss man natürlich verfeinern. Aber wie gesagt. Es ist noch keine. Mit diesen erkennt ihr Trendwenden. Das ist so. Ja. Und mit diesen ganzen Linealen. Das ist zwar auch immer schön. Dass man sagt ein Trend. Aber das ist der Trend. Ich mache immer Werbung dafür. Kriege ich was vom ADX? Ne. Kriege ich nichts. Nein. Das ist. Das ist sehr powerful. Sehr sehr powerful. Man muss damit umgehen. Lernen. Oder interpretieren lernen. Ja. Und wie gesagt. Es sind nicht immer gleich punktgenaue Einstiege. Man muss ein bisschen arbeiten. Ne. Ein bisschen. Das muss man trainieren. Ja. Aber ich habe es jetzt hoffentlich wieder ein bisschen gesehen. Wie man damit arbeiten kann. Jetzt kriege ich noch mit einem anderen Instrument. Und dann haben wir es für. Nehmen wir Sojabohnen. Tägliche Candles. Ja. Sojabohnen. Tägliche Candles. Was haben wir gelernt. Ich mache mal da immer einen Strich rein. Weil das nicht gleich mit dem System kommt. Bei 20 ein Strich. Ja. So. Was ist passiert. Guck mal. Ja. Bleiben wir mal hier. Ja. Übrigens Sojabohnen und diese ganzen Ölen sind sehr technische Märkte. Die funktionieren nach Technik sehr sehr gut. Wenn man da ein disziplinierter Techniker ist. Kann man auch an diesen Märkten. Sojabohnen. Mais. Korn. Etc. Ja. Natürlich jetzt nicht für irgendwelchen Agrar News. Oder Agrar Prognosen. Vielleicht eher nicht. Aber grundsätzlich ist es eher sehr trendtechnisch. Also ein technischer Markt. So. Wo ist ADX? Oder was ist hier passiert? ADX ist generell fast bis hier im 20er über den 20er Bereich. Also ein starker Trend. Zunächst welcher Trend ist stark? Ja. Also zunächst ein Abwärtstrend. Dann wurde hier gecrossed. Versteht ihr? Guck mal. Guck mal. Das heißt, wenn ihr Positions-Trader seid und ihr vielleicht CFDs habt und möchtet mit einer kleinen Position reingehen, könntet ihr das Timing hier sehr gut definieren. RSI in dem Fall ist egal. Warum? Haben wir schon gelernt in dem Fall. Weil der Trend stark ist. Da ist es mir, da benutze ich den RSI nicht als irgendwelche Bestätigung. Sondern ich benutze ihn meistens in einem schwächeren 20er, unter 20er Bereich. Da hilft mir der RSI. Ich habe jetzt den MACD hier nicht drin. Ich habe die Pollinger, glaube ich, hier drin noch. Die reichen mir. Guck mal. Was ist hier passiert? Hier hat beides gekreuzt. Der D-Plus hat sowohl den D-Minus und den ADX gekreuzt, als der ADX über 20 war. Und dann wird der D-Minus auch ein ideales, bullisches Signal. Perfekt. Wenn ihr sowas habt, da könnt ihr wirklich Folgendes machen. Long mit einer größeren Position. Hier irgendwo raus mit vielleicht einem Drittel. Oder je nachdem, wie ihr wollt. Viertel, drei Viertel. Nein, nicht drei Viertel. 30%, 40% raus. Stop könnt ihr ruhig unter diesen Candle setzen. Nach so einem Crossing auf jeden Fall. Laufen lassen. Würden wir nachziehen. Das muss jeder von euch lernen. Das ist Money Management, Stop Management. Das würde ich auch empfehlen, sich da ein bisschen reinzulesen. Ihr merkt hier viel schwieriger, eine Kunst des Meisters rauszuholen, als jetzt da reinzusteigen. Weil viele, da gebt ihr mir recht, da sagen viele, oh geil, gehe ich mit 10 raus. Oh, da habe ich jetzt 10 Punkte gemacht. Und gleich wieder raus. Oh Mann, jetzt ist er gelaufen. Und das ist die Kunst. Es gibt kein Patentrezept. Man weiß ja auch nicht, was passiert. Der hätte ja nur so sein können. Aber man hätte da was erwischt. Das heißt, diese Crossings versuchen zu erwischen. Zu definieren. Ein bisschen mutiger sein. Engere Stops. Ja, zum Beispiel. Und dann mit dem Teil schon raus. Ein Drittel, ein bisschen mehr. Da hat man schon was. Ist ja egal. Wenn es runterkommt, den Stopp vielleicht so setzen, dass man auf jeden Fall einen Gewinn hat. Müsst ihr berechnen. Und mein Gott, dann waren es statt 200 vielleicht nur 50. Ja, was soll's. Aber ihr habt erstens trainiert und habt dafür verdient. Versteht ihr? Ihr habt ein Training gemacht. Oh, die Technik funktioniert. Und ich hab noch Taschengeld bekommen. Und wenn ihr dann mal Glück hat bei so einem Catch, bei Tagesbasis sowieso. Ja, dann habt ihr hier den Stopp gehabt. Und guck mal. Das wäre ein Puh. Holala. Also das wäre schon bei einem Kontrakt. Ja, ordentliches Geld. Ruhig gelaufen. Und dann hättet ihr, da gibt es diese Parabolik SR. Dann gibt es diese Punkte. Die erkläre ich gerne mal. Dann setzt ihr jeden Tag, könnt ihr den Stopp höher setzen. Fertig. Was ist da passiert? Das Gleiche. Faszinierend, ne? Hier. Schon der erste Einstieg wäre hier. Ja, das heißt, wir sind, wir wären hier. Stimmt das auch? Warte mal kurz. In diesen Dingern hier. Guck mal. Einstieg hier. Letztes Candle. Pivot Stopp gesetzt. Crossing. Hätte auch anders verlaufen können, aber ich hätte meinen Stopp hier. Kann man trainieren, wann ich im Candle reingehe. Das ist ja ein Tagescandle. Da kann man merken, wenn es am Tag hat, man merkt so eine Dynamik. Okay, rein. Stopp hier. Dann hätte man dieses Trend. Meistens, wenn er das geschafft hat, zum Beispiel den Gegentrend, also den D plus, zum Beispiel jetzt. Der D minus zu kreuzen. Wenn noch ADX über den beiden ist, das ist noch ein bärischeres Signal. Was heißt bärisch Signal? Also kurzfristig short. Wäre gut gegangen bis zu diesem Punkt. Wäre hier ein bisschen ausgestoppt. Aber wenn man hier, und sehr oft Wiederholung, habt ihr glaube ich schon mal gehört vor ein paar Minuten. Und meistens auf diesem Niveau, wo dieses Crossing ist, versucht es nochmal hinzukommen, oft. Aber wenn man da schon Gewinn hat und hier halt, das ist halt schwierig. Hätte nicht kommen müssen, hätte auch so weiterlaufen können. Dann hättet ihr das nachgezogen. Da steckt man nicht. Das ist Trading. Das ist einfach so. Das ist einfach, müsst ihr halt eher diese Wahrscheinlichkeit, dass ihr öfter diese Crossings kriegen, dann habt ihr in der Gesamtzahl natürlich mehr Profit. Weil diesen Supertrades, wie ihr seht, manchmal gibt es aber, wäre auch, hätte auch funktioniert sehr lange. Beim zweiten Einstieg, in dem Fall aber nicht. Ja, in dem Fall wäre es leider nicht auf Tagesbasis. Da hätten wir eine Seitwärtsbewegung, ja, aber auf einem hohen Niveau. Aber hätten, wenn wir jetzt da short, long sind, kein Geld verdient, leider. Das heißt, wie gesagt, das sind für mich eher, sagen wir mal, vielleicht von der Einstufung, dritte Klasse Signale, erste Klasse Signale, ja, gerade bei diesem Einstieg. Ja, da muss man, wenn man das schafft, das ist die Kunst. Der Rest braucht euch eigentlich gar nicht mehr dann interessieren. Die Kunst wird nur da, ich kriege den Trend, mit wie viel gehe ich rein, wo setze ich meine Stops. Das muss man trainieren eigentlich dann, wenn man das ein bisschen, ja, versteht ihr? Was ist hier passiert? Da gibt es Fehl-Signale, ja, ein paar Fehl-Signale, wenn man zwei, dreimal ausgestoppt wurden, ja, Crossing oder, nein, hätten wir eigentlich nichts von der, doch wären wir, weil der ADX über 20 war. Das heißt, hier war das auf Tagesbasis sehr schwer zu traden sowieso. Das ist natürlich mit Optionen besser. Das heißt, wenn ich merke, grundsätzlich, das mache ich noch zusätzlich, ja, kommt ja noch dazu, wenn der Trend funktioniert, wird es schwächer, dann mache ich noch ein bisschen Optionen rein. Das heißt, ich hätte ja auch mit Profit gemacht. Und versuche dann hier, hätte man nochmal probiert, long zu gehen, hätte aber nicht ganz so lange funktioniert. Ja, wie gesagt, es gibt dann Phasen, das weiß man nicht. Es kann sein, dass das Ding jetzt noch, dass das noch runter geht bis 700. Ja, das steckt man nicht drin, aber es gab ein Crossing und ihr merkt, es nimmt Fahrt auf. Das heißt, man könnte hier schon short gehen. Also ich würde mit Optionen jetzt, wenn wir schon dabei sind, hier vielleicht einen kleinen Put, ein bisschen tiefer verkaufen, ja, mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir eher einen Abwärtstrend haben. Das heißt, jetzt bin ich noch gar nicht dazu gekommen, deswegen, wir trainieren ja erstmal diese Grundprinzipien. Wenn man das noch mit Optionen vermischt, ja, dann könnt ihr ja davon ausgehen, dass Papa Martin euch irgendwas zeigt, wo ihr eigentlich fast unschlagbar sein werdet, ja. Weil egal, ob ihr dann recht habt oder nicht, wir könnten das auch mit geschickten Optionsdinger ausklügeln, diese, oder ausschalten, diese Gefahren. Das hätten wir auch ausgeschaltet. Ja, dann wäre ich nämlich hier, ja, je nachdem, wie stark der Trend ist, wäre ich da schon, hätte ich da wieder ein paar Optionen verkauft, dann hätten die Gewinn gemacht. Ich hätte aber hier meinen Stop gehabt, zum Beispiel auf Tagesbasis hätte ich trotzdem noch einen Gewinn gemacht, ja. Also ich hätte Gewinn von dem, ja, von dem einen, wo ich dann rausgegangen bin und jetzt von dem verkauften Spread, wenn ich merke, der Trend nimmt. Aber das sind andere Sachen, okay. Okay, ich hoffe, es war nicht zu lang, ich hoffe, es ist sehr lehrreich. Glaubt mir, ich mache es jetzt jeden Tag und ich würde es auch bald live machen. Ich mache jetzt einmal einfach ein, zwei Monate ein Trainingskonto, wo wir diese Trades trainieren und dann würde ich es live machen. Habe ich das schon in einem Video gesagt, weiß nicht. Ich versuche bei dieser Weltmeisterschaft mitzumachen. Da gibt es diese eine Future-Weltmeisterschaft in Amerika, in Chicago. Das ist eine seriöse, eine der seriösesten von Robbins, da veranstaltet. Jedes Jahr, auch die großen Trader waren da, auch einige Deutsche haben gewonnen. Versucht, man kann auch Optionen machen, jetzt seit dem neuesten oder nicht seit dem neuesten, aber ja, glaube ich, glaube ich, nein. Und da versuche ich auch mit echtem Geld, echte Trades euch da zu zeigen. Ich denke, es wird sicherlich sehr spannend. Und wir trainieren diese Sachen, was ich mache. Okay, ciao.